12 neue Auszubildende haben am 29. August ihren Berufsweg beim Hair-Kosmetik-Team in Schwerin angetreten. Gleich zu Beginn die ersten Praxisübungen. Darin sieht einer der Branchenführer in ganz Norddeutschland, das HCT, sein Erfolgsrezept. 34 junge Frauen und Männer befinden sich derzeit dort in der dreijährigen Ausbildung als Friseure, darunter fünf Zuwanderer. In 31 Firmen eigenen Salons absolvieren sie den praktischen Teil. Die Theorie wird bei der HCT-Akademie und in der Berufsschule gelernt. Wir fangen jetzt an, in der ersten Woche der Ausbildung auch schon Haare zu färben, also eine Farbe aufzutragen. Das wird hier geübt. Wir werden die Augenkosmetik behandeln. Das heißt, Wimpern färben, Augenbrauen färben, sodass sie im Salon schon sofort diese Tätigkeiten mithilfe ihres Ausbilders natürlich umsetzen können. Ein dreiköpfiges Team wird die Ausbildungsstarter auf ihrem Weg unterstützen. Wer dabei ein richtiges Talent nachweist, kann bereits im ersten Lehrjahr an Wettbewerben teilnehmen.